Hallo mein Lieben und seist zu herzlich willkommen zu Minecraft, keine Ahnung was es wird, das ist eine Überraschung von 30303, heute auf dem Hive.sexy-Server, ich bin unten in der Beschreibung verlinkt, und hallo 3030303, hallo, 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 also ja, wir, ja, alles Wissenswerte ist in der ersten Folge, und dann, ja. Ich auch unten in der Beschreibung von Link, schaut da auf jeden Fall mal rein. So, tschüss, game. Und dann gehen wir in Blockparty. Hey, was ist das? Das sieht doch nicht, wie er einfach macht. Hey, wo ist Blockparty? Ah, die CD da. Alter, warum leckt das gerade bei mir? Komm jetzt. Das leckt hier so bei mir. Hey, wo bist du denn? Ja, vor dir. Ah, okay, jetzt war's. Ja, pff. Ich seh gar nichts hier, weil die ganzen Deppen da davor stehen. Ja, ich auch nicht. Da, da, hm, gehen wir aufs andere Seite. Ähm, wie, Alter, wie wär's, ey, 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 ich will hier auch was sehen. Also, die sind alle voll. Sind alle voll. Sind echt alle voll. Geh mal hier auf die linke Seite. Wo ist links? Ja, was ist das? Wo ist das? Warte, geh mal hier auf die andere Seite. Hier ist doch was. Hallo, hier ist was. Ja, ja. Da, da, dancing. Nein, Spaß. Ähm, join, join, join. BP30. Okay. Ne, 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 da, wo einer drin ist, da, wo einer drin ist. BP28. Okay. Hey, kann er nicht rein. Dorf, Close, Cunt, Joint, Parties in Progress. himmel. Alte, deread sind ja echt alle voll. Musst ihr warten, bis einer, bis, ein Server auf ist, oder was? Mmhmmm. Hhm. Mach mal einfach was anderes. Nein. Mhm Mhm, ich kann hier mal meine Folge zeigen, aber ich nehm' ja nicht auf und dann hilft sie mir hin. He, wie geht das? Hier, komm mal her, komm mal her. ich nehme mir ja okay was auf welchen glauben wer das ist schon eh wieder ja aber das wird alles nur generiert also wenn ein paar hier irgendwie was machen haben wir eigentlich schon unser unser ablauf erklärt machen also ablauf ist jeden jeder zweite tag kommt bei uns was jeden tag jeden tag einmal kommt bei ihm fußballmanager und am nächsten tag kommt bei mir mein kopf oder gta nein mein kopf am anfang ja am anfang und dann kommt irgendwann auch mal bei dem formel 1 das wird halt auch noch ein bisschen dauern passt alles warum können wir nicht rein nein wo bist du denn sollen wir anders hingehen weil das lädt nicht nein ich bleib so wieder ah da ist was auf aber da ist schon wieder voll ja ich bin schon wieder im pfingst hier wieder wo bist du am sparen wo gemeint sind machen wir einfach survivorgames nein ist langweich endergames hier gibt es keine games heilen sieg nein cowboys and indians wo ist das 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 ah da ah da also niemand ist da doch hier ist doch voll ah doch hier ist voll ah doch hier ist voll ah hier kommen wir an der seite ah da kann man bestimmt wieder nicht rein ich sehe dich nicht ich dich auch nicht geh mal in die große wand da steht grad booting drauf ja schon drinnen was bei booting ja bei irgendeinem halt ach so geh mal jetzt getrennt dreht mal einfach zusammen so leute er hat mich in den stich gelassen jetzt bin ich bisschen traurig zum glück ah hier hey warum kann ich dich join kapieren spielen oder es nicht was musst du da machen kein plan how to play welcome to hive mc argument cowboys and indians go to the next page the object of cowboys and indians is to capture the other teams later when you join a game you will be assigned a random team either cowboys or indians it's your job to capture the opposing team team leaders and take them back to you capture ich befinde mich im ungewöhnlichen hör mal auf alter ich weiß wie das geht ich weiß wie das geht ich weiß wie das geht als du ich bin schon lang toll ich weiß nicht 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 war 2 1 jetzt geht es bei mir schon mal ich bin richtig ab hier ich bin nur ein oder der hat das getötet, 2 gegen 1 nicht mehr, oh, ich bin auch tot ok, jetzt geht's hier weiter gib mir den Speed Dust das Spiel ist ja nicht alles so schlecht alter, das ist richtig scheiße ach, hey, ich muss einmal oh in Deutschland, der denkt, der war cool und kämpft ja gegen 4 komm, ich geh mir die anderen Deppen mit die können mir ein bisschen helfen so andere Deppen hallo was ist das für ein Back? was ist das für unsichtbar hey, warum kann ich nicht sagen? oh oh alter, richtig unlogisch, man weißt, einmal ja, ja einmal wird hier das an fast so und so hä, was? fast so und so h noch da joo, gleiche Idee tsch 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 tsch, häääää ja, ich bin noch da spiel das da oh nein scheiße das unsichtbar der fisch ich habe einen geschlagen also die werden gewinnen Aldo Faldo Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt mit neuen Daten übertragen Sind wir Cowboys oder nicht? Ich bin mal weg, kurz Auaua So, warum regeneriert mein Leif nicht? Aldo ist die Zunge Ich hau jetzt die Hauptverbindung drin So, ich geh mal auf den Revenside.com server Teleporter Ich mach mal Survival Games Ich muss nur ne Lobby finden hier Die da SG12 Was sieht gut aus, was sieht stark aus Das da So, also Das ist ja einfach nur Ein bisschen Minecraft Action Ja, so ne Action ist es eigentlich gar nicht, aber Mein Gott, was ist das? Mein Gott, was ist das? Da ist einer, der hat ein paar Lootens gehen Stabli 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 Stabli